Also ich fordere meine Generation einfach dazu auf, selbst aktiv zu werden und zu schauen, was kann ich tun und wo kann ich was tun. Und wenn die Politik nicht zuhören will, dann muss man vielleicht manchmal auch einfach so viel Engagement zeigen, dass man einfach nicht ignoriert werden kann und das funktioniert. Und das hat auch schon oft funktioniert. Und ich finde, aktives Gestalten bedeutet einfach, seine eigenen Handlungsspielräume auszunutzen und selbst darüber nachzudenken, was kann ich tun und das auch umzusetzen.